Servus Leute, heute habe ich einen Shoreline-Raid für euch und das ist kein üblicher Shoreline-Raid, wie sonst immer, dass ich einfach ins Resort gehe, sondern ich habe die USEC-Bosse an der Wetterstation getroffen und sie bekämpft und ja, da ging es ziemlich zur Sache. Ich habe ja am Freitag den Guide zu den USEC-Bossen rausgebracht, wie man mit denen umzugehen hat und jetzt habe ich sie tatsächlich auch in einem Online-Raid getroffen und konnte da die Quest Thray Dogs jetzt letzten Endes auch abschließen. Und ja, in dem Raid ging es echt zur Sache, ist natürlich jetzt ein bisschen gespoilert, ihr wisst in etwa, was passieren wird, aber der sehr sehenswerter der Raid, schaut euch einfach an. Ich bin übrigens mal zu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Vielleicht ein Follow da lasst, Link unten in der Description oder eben erst einen Comment. Hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video hilft immer sehr. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Nur mit der Pistole, hör halt auf, ey. Ekelhaft von hinten. Manchen gefällt es ja, ne? Schau, ob sie da sind. Sie sind da. Sie sind da. Ah nein. Ernsthaft, ist hinter mir einer? Wenn die Goons mich pushen? Ich bin da, 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 ich Nein, der hat einen gekillt. Ernsthaft? Nein. Ey. So eine Scheiße. Sie scheinen da öfters zu sein. Ja, jetzt gerade scheinen sie auf Shoreline zu sein. Ich weiß nicht, ob der da unten tot ist oder ob der noch da ist. Ich habe keine Ahnung. Scheiße. 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 Okay Alter sind die runter die Waffen, what the fuck Yo looten und reset, auf jeden Fall Hat er sich hier schon bedient? Alter Ohne Scheiß, wie der sich schon bedient hat Der Mistsack Ohne Scheiß, wie der sich schon bedient hat Ei fuck Was zur Hölle Geile Action Hat er den echt von meiner Nase gekillt? So ein Scheiß Ah Jetzt fehlt mir einer Aber ich glaube die sind jetzt immer hier Nee Ich kann da noch in der nächsten Runde noch Ich glaube Knight war es oder so Aber Ist halt ärgerlich, wenn sie da sind Und du sie nicht alle drei bekommst Ich weiß auch gar nicht, wo die ganzen Spieler herkamen Als ob die alle Bescheid wissen Mal ganz ehrlich Ohne Scheiß Ja Nothing Easy Ein Granite Launcher, auch ne Pfeife Okay, do you want some Garnix? Okay Regenerier noch, nice Ja, mach mal gleich, ging's da Mach mal gleich Der andere liegt mir zu offen da, den loote ich nicht An der Bergflanke, den einen, den ich gekillt hab, deswegen Der liegt mir da viel zu offen Kein Bock das jetzt dafür zu riskieren Valis! Ich weiß nicht, ob oben auf dem Dach einer war Sieht gut aus Ich kann mal hier die Bergflanke langrennen Aber wir gehen da gleich nochmal hin Ganz ehrlich Könnt's sein, dass die nochmal da sind Weil jetzt waren sie back to back da, letzte Runde war davor Die zwei Runden davor waren sie auch da Wie find ich die AD704? Extrem gut Oh shit Extrem gut Die Mutant ist bloß einen Ticken besser, weil sie 50 mehr Feuerrate hat Aber die AD704 ist auch extrem gut Vielen Dank für den Follower, willkommen Großer Zufall? Ne, glaub ich auch nicht Also ich glaub, die kommen auch alle Also die sind wirklich zeitlich jetzt da Glaub nicht, dass es ein Fehler vom Spiel ist Ich glaub, das ist Es steht ja auch so in den Changelogs Dass die immer auf der einen oder anderen Map unterwegs sind Jetzt grade scheinen sie auf Shoreline zu sein Ah, scheiße, dass er ihn da gekillt hat, ey Echt unlucky Aber naja, was willst du machen? Ja, muss ich Doktor, aber Leider hab ich Ich weiß jetzt nicht Ich glaub, Neid fehlt Halt vor meiner Nase, ja Ich musste mich halt heilen, weil der Typ von hinten auf mich geschossen hat, ne? Und dann kommt der von der Seite angelaufen Keine Ahnung Aber es scheinen ein paar mehr Leute zu wissen, dass die gerade da sind Kommt mir so vor Ja, ja, der wollte die auch killen, 100% Patpat und Boomcash Wie wärs, wenn ihr euch im Discord trefft? Ist es ein Streamchat hier? Nur so als Info Wenn ihr hier privat zocken wollt, dann Discord bitte Boomcash, wenn du keine andere Möglichkeit hast, außer hier zu chatten Dann unterlastet er das trotzdem Keine Ahnung Das ist doch ziemlicher Quatsch, den der da macht So, wundervoll 1, 2, 3, 4 Leider den hinten nicht geheilt Boss, Boss, Big Pipe und BirdEye hab ich Und, äh, ja Neid fehlt mir Ähm, mach ich hier einen Marker Macht mal alle Hallo YouTube im Chat, ne? Auf jeden Fall alle Hallo YouTube Hey Rostocker Schau's, Timmy Das ist echt ärgerlich, ey Verdammter, verdammter Neid fehlt Aber den kriegen wir jetzt halt Den kriegen wir jetzt halt So, auf geht's Marker ist gesetzt, check mal wieder aus 1, 2, 3 2, 3 5, 2 4, 3 6, 7 7 8 6 9 10 10